. Neben wunderschönen Tierfiguren aus Elfenbein schnitzten die Urelpler auch Musikinstrumente. Musik war einfach ein ganz normaler Teil der Gesellschaft vor 40.000 Jahren. Und die Musikinstrumente sind vielleicht die allerbedeutendsten. Wir haben hier das Glück, dass wir das eindeutig beweisen können, weil wir insgesamt auf der schwäbischen Alm acht unterschiedliche Flöten haben. Man hat schon gesehen, dass der Knochen bearbeitet ist. Man hat also auch Schlifffacetten an der Oberfläche des Knochens gesehen. Dann hat man die Grifflöcher gesehen. Und dann war klar, dass es sich um Flötenfragmente handelt.